Alle Leute wissen, was das Krokodil macht. Das Krokodil wieder in der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Livestream auf Instagram. Ich hoffe, es klappt jetzt. Ich musste gerade dreimal abbrechen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich habe jetzt gerade einfach mal WLAN wieder angemacht. Mal gucken, ob es jetzt geht. Hallo, hallo. So, ich sollte auf jeden Fall mal die Mucke wieder ein bisschen leiser machen, weil sonst bin ich gleich wieder hier geschwärrt. Wegen irgendwelchem Blödsinn. So, einen wunderschönen guten Abend. Ja, wie versprochen bin ich jetzt hier auf Instagram. Ich habe euch wirklich sehr, sehr, sehr krass vernachlässigt. Aber ich hoffe, dass ihr mir immer noch ein bisschen treu bleibt und wir ein bisschen Scheiße zusammen labern können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Im Gegenzug dürft ihr mir mal kurz ein gutes Lied nennen, was wir hier hören können. Ich würde mich sehr freuen. Hallo, Pascal. Hallo, Pashi. Hallo, Michael. Hallo, Georg. The Whipper. Hi, The Whipper. Muss ich immer niemandem denken, wenn ich muss mal lachen. Hallo, Sebastian. Hallo, Berger. Hallo, Saflak. Was geht bei euch? Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Weekend und wir können hier ein bisschen zusammen Scheiße labern, weil das ist doch mein Ziel in dieser ganzen Sachen. Ah, deine Stimme reicht. Ach, ja. Guten Abend, guten Abend, Hoffmann. Rough, niemals. Mach ich gleich an. Das ist auch gut. Hast du recht. Aber jetzt gerade höre ich, mache ich das an. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Kennt ihr das? Dann seht ihr so bei YouTube. Boah, boah, ich bin voll alt. Aber egal, da war es schon ewig nicht mehr gehört. Hallo, hallo. Boah, guck mal, hier zeige ich es auch nochmal. Ich habe erst mein Fußkitschen zerschossen, aber richtig doll. Und jetzt ist es auch noch verknotet. Wer kennt es? Oh, das ist so nervig. Tamam, tamam. Das kann ich nicht hören, dafür werde ich sofort gesperrt. Dann mache ich todernst. Ah, sie ist das für einen Faust, Bruder. Kann ich, kann ich was sagen, außer Mama? Papa auch nicht. Mama auch nicht. Sie will schabbern. Schau dich. Wie geht es dir? Mir geht es super. Wie geht es euch? Fahren Audi. Ich fahre nur Ben. Audi. Sie weiß immer, was sie will. Dance, ja. Was willst du denn sehen, hä? Hin zu einem anderen Stern. So, wer natürlich immer im Livestream dabei sein will, sollte mir jetzt mal ein paar Anfragen schicken. Ich gucke mal, wer hier alles dabei ist, wen wir hier denn mal reinholen können in meinen Stream. Ich habe gerade mal gedacht, hier ist irgendwas kaputt. Habt ihr das gerade gehört? Hilfe, Mann. Ich kriege gleich hier Panik zu stellen, wenn ich hier irgendwas höre. Wir haben jetzt 1, 8, 7 Leute da. Also irgendwie, gut ist um. Einfach im Tool sich. Sie weiß, sie hat ganz Wien an ihrer Seite, wenn sie will. Sie wird begleitet, wenn sie will. Äh, du hast beste Leben. Dankeschön. Ob Facebook oder Instagram. Ich knack eure Pins auf. Ausziehen, ausziehen. Und dann? Äh. Deine Geister toben durch die Bude. Ey, ich meine das tot ernst. Mach mir keine Angst, ich muss hier noch schlafen, sonst kann ich hier. Sonst muss ich mir jetzt gleich wirklich schnell einen raussuchen, der mit mir hier zu Hause schläft. Sie weiß, sie hat ganz Wien an ihrer Seite, wenn sie will. Und bei One-Night-Stands finde ich es immer so ein bisschen strange. Weil eigentlich bin ich da jemand, der dann gar nicht will, dass man hier pennt. Sondern man kann dann auch einfach in der Nacht wieder gehen. Also der Anker kommt dann immer rein und sagt, ey, Kaffee hier ist alles frei, mein liebes Fräulein. Weil die kommt immer morgens zum Kaffee trinken und die hat echt keinen Bock auf irgendwelchen Fremdenbesuch. Und Lena auch nicht. Aber Lena ist eigentlich jemand so, der sagt, ha, dann mach ich halt mit. Hallo, mein Schatz. Ey, was ist das? Ey, das wird echt freakern. Hört ihr das? Irgendwas ist in meiner Wand. Ich kriege hier gleich ein Heulkram. Nee, meine sind nicht echt. Die sind echt gekauft. Ich habe gar keinen BH an. Ich habe gar keinen. Wie heißt das Lied Andere Liga? Ich möchte gerne mal basteln. So, ich muss... Ich habe gerade schon wieder auf die Uhr geguckt. Ey, es ist wirklich schon wieder spät. Deswegen müssen wir gucken. Hui, buh, der Geist... Ey, das ist doch so... Hui, buh, das Geistergespenst, oder? Ist das nicht sowas? Ist das echt nicht so... Ich habe das echt mal... Ich glaube, ich kenne das aber so ein Kinderding, oder so. Äh, du bist sehr süß. Vielen Dank. Schöne Haut hast du. Hübsches Talent. Dankeschön. Lass doch mal ein bisschen die Schminke weg. Ich bin überhaupt nicht geschminkt, außer einem krassen Lippenstück. Wo siehst du denn hier sonst noch Schmücke denn? Mach die Augen auf. Meinst du, ich habe jetzt Zeit, hier noch drei Kilo meine Fresse abzuschminken, oder was? Wir haben zehn vor neun. Ich muss gleich schlafen gehen. Der Tag fängt früh an. Ich habe ein armes Studentenleben. Nee, das geht leider nicht, weil ich habe auch kein Hüschen an. Nein, ich gucke nicht hinter mich, weil hinter mir ist keine Spinne. Du bist gemein. So, und Kaffee trinken gehe ich auch nicht, weil dann mache ich meine Zähne, nehme ich Geld. So, meine Lieben. Ja, aber ich werde mich jetzt von euch verabschieden, denn wir haben schon wieder 47 und ich muss heute echt früh ins Bett. Nein, ich hoffe aber, dass mein Stream euch gefallen hat. Und falls nicht, habt ihr Pech gehabt, denn ihr werdet mich so schnell nicht verlassen. Und deswegen wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir chillen noch ein bisschen. Ich werde gleich auf jeden Fall noch die eine oder andere Frage beantworten. Deswegen stellt mir eure Fragen einfach auf, hier auf Instagram habe ich heute Morgen eine Story gemacht. Stellt mir eure Fragen einfach. Die werden auf jeden Fall noch beantwortet. Ich schaffe das leider nicht immer, hier im Livestream alle Fragen zu beantworten. Ja, deswegen wünsche ich euch, guck mal hier, wie der Assi, ne? Meine liebe Torsam, einfach auf den Boden geworfen, wie ein Zigeuner. Deswegen wünsche ich euch aber allen einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder mit meinem Kruppelfinger, aber ohne Kruppelfinger, sondern mit gut gemachten neuen Nägeln. Und ja, gute Nacht!